Der Dyson Ball Multifloor ist ein beutelloser Staubsauger für alle Bodenarten. Als Expertenangebot der Woche bekommt ihr ihn jetzt zum Superpreis von nur 199 Euro bei Expert. Herkömmliche Staubsauger setzen meist auf Beutel, die zusätzlich gekauft werden müssen, pusten oft schrinkige Luft in die Wohnung und sind schwer zu lenken. Der Dyson Ball Multifloor aber ist anders und mit ihm wird euer Zuhause blitzschnell und gründlich sauber. Statt auf Beutel setzt Dyson auf die innovative Radial Root Cyclone Technologie, die nicht verstopfen kann und mehr Staub aufnimmt. Die patentierten Zyklone erzeugen starke Zentrifugalkräfte, die den Schmutz direkt in den durchsichtigen Behälter schleudern. Selbst feiner Staub und Allergene werden so eingesaugt und bleiben auch drin. Die Ausblasluft des Dyson Ball Multifloor ist absolut sauber. Der Schmutzbehälter hat eine Kapazität von 1,8 Litern. Ist er voll, entleert man ihn einfach per Knopfdruck in den Müll, ohne dabei mit dem Schmutz in Berührung zu kommen. Die pneumatische Bodendüse passt sich automatisch an den Untergrund an und kann so übergangslos für alle Bodenarten genutzt werden. Im Lieferumfang enthalten sind zudem auch eine Kombidüse und eine Treppendüse. Dank der Dyson Ball Technologie ist der Staubsauger super einfach zu lenken. Mit seinem Aktionsradius von 9,6 Metern und dem leicht verstellbaren Teleskoprohr erreicht ihr jeden Winkel in eurer Wohnung. Der Dyson Ball Multifloor ist einfach in der Handhabung und gründlich in der Reinigung. Als Angebot der Woche ist er jetzt für nur 199 Euro bei expert erhältlich. Wenn ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen wollt, dann nutzt doch diesen Link, um direkt zum Angebot der Woche auf expert.de zu gelangen oder ihr geht in einen Expert-Fachmarkt in eurer Nähe. Nächsten Mittwoch gibt es schon wieder ein neues Angebot. Dann sehen wir uns wieder. Tschüss!